Hallo Freunde und willkommen zu Part 2 von Minecraft. Ich habe mir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich glaube, ich habe jetzt gesagt, ich habe vergessen aufzunehmen. Ja, egal. Ähm. Wer sagt, dass das Fleisch jetzt hörtet? Perfekt. Bisschen aufgeräumt. Okay, was wir heute in dieser Folge machen ist, wir bauen uns eine Mine. Hier. Was ist denn du hier? Nö. Ach komm, es wird wieder dunkel. Gute Nacht. Gut, wir sind. Oh. Eisen, Leute. haben zuerst das eisen ist das ach kupfer ok wir haben ich bin gespannt was wir damit machen können weil microsoft hat ja ein update ich werde jetzt ein eisen Perfekt das rohkof hat mir auch mal noch ein und die man hier etwas auf erkundungstür aber davor ist mir noch etwas besseres angefangen im sturm vor holz könnte man ja ein bisschen schöner machen dumm halt aber egal da ist noch zucker ach stimmt wir können noch nicht Sog gut, dann doch. Why? was wir machen das nach hier sprüche lassen richtig kraftkornig abbiegen und haben dann das ja danke Danke. Boah, ich habe Angst. Schatz, nimmst du mein Haus. Digga, da wird nichts töten. Der kann nicht durch Wasser. Oh mein Gott. Digga, da tut es sich selber, wenn ich Glück hab. Warum? Ich habe Angst. Leute, ich hasse immer Männer. Sof ich? Ich mache die Angst. Ich mache die Angst. Ich habe meine Angst. Ich mache das, weil ich dich dabei war. Ich habe Angst, wenn ich mich darum, Ich habe Angst, dass ich mich aufhörte, dass ich mich tue. Wenn ich mich rüberklar, Oh, das ist ein Fehler, Leute. Ich habe gerade richtig Angst. Haben wir ihn getötet? Ich weiß es nicht. Ja, dann haben wir gar nichts getötet, Digga. Okay, Freunde, das war es auch mit diesem Part. Hoffentlich hat er euch gefallen. Lasst ein Like, Abo da. Und aktiviert die Glocke. Oh, ich hatte es schon mal falsch rum. Ups, peinlicher Moment. Wie gesagt, lasst ein Like, Abo da und aktiviert die Glocke. Ja, auch. Wenn ihr was haben wollt. Und alle. Ciao, Freunde.